Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Conker's Bad Birthday! Ja, wir sind das letzte Mal hier bei diesem Mistkäfer hier stehen geblieben. Halt die Fresse! Wir sollen da jetzt wirklich rein? Ich hab keine Lust B zu drücken. Die Musik ist eklig. Ja genau, Conker, setz mal deine Gasmaske auf. Ich seh mich erst mal um. Das Geld. Wie komm ich da hin? Da komm ich nicht hin. Wie komm ich da hin? Was ist das denn? Tropf da scheiße runter. Oh, ey, die Geräusche, ey. Ich weiß nicht, ob wir die Geräusche hören können, aber die sind echt eklig. Ah, da ist noch mehr Geld. Oh! Nein, 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 Conker! Ja, 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 Manni, ich will dich ja! Ja! Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Warum haben sich die Entwickler so einen Schwachsinn ausgedacht? Ja, ist das eklig! Erstmal die Kamera richtig drehen. Wo? Kriegst du hin? Ja, ich krieg's hin. Äh, weg! Muss ich hier rein? Iiiiih! Hey, Conker läuft in Scheiße! Ah, anscheinend scheint es da rauszugehen. Nein, spack nicht rum, bitte. Oh, ein Stier. Flunenjuice. Oh, Mann, spack nicht rum. Oh, Mann, spack nicht rum. Woh? Ich will dich nicht rum. Ich will dich nicht rum. Oh, Mann! Woaah! Hey, die Leute, ich liebe es! Hä? Woh? Woh! Ich schakel gar nicht rum. Oh. Hier kommen wir wieder. Wenn der Computer nicht so rumspacken würde. Egal. Okay, also der da mag kein Rot. Naja, er ist ja auch ein Stier. Das ist eigentlich in Ordnung. Ihhh. Dieses Level ist scheiße. Geh weg. Hallo. Nein. Oh Gott. Ich dachte schon, dann geht das auf mich los. Ich geh lieber mal weg hier. Wo bin ich da? Äh. Wow. Alter. Okay, wo? Ah, hier geht's hoch. Nein. Erstmal mal umsehen hier, ey. Das ist so eklig. Also dieser Geselle hier mag kein Rot. Naja, er ist ein Stier. Ich mag Stiere. Ich bin Stier von Sternzeichen her. Naja, ich bin genauso wie ein Stier. Dickköpfig und launisch. Ihhh. Okay, Konka. Wir müssen aufpassen, dass uns kein Kackeball erwischt. Oh, da ist einer. Oh, wow. Ich bin da raus. Äh, die Geräusche, ey. Die sind so eklig. Hallo, wieso komme ich da nicht hoch? Ah, jetzt komme ich da hoch. Ja. Naja, sie machen's. Ey, was soll das denn? Sie machen's halt realistisch, ne? Oh nein, muss ich einen hohen Sprung machen? Waaah. Ja. Was ist hier? Oh, ein Pfeil. Aha, ja. Ich wusste es, dass man da laufen muss irgendwie. Wenn der Pfeil schon so unauffällig in die Richtung zeigt. Und was ist das jetzt? Ist das lila Scheiße, oder was? Ah, nee. Oder? Lecker. Lecker. Äh. Äh, ich... Ich gete es nicht. Och, Konka. Okay, das scheint dieser Prune-Juice zu sein, der hier drauf stand. Ich sollte mal schleunigst verschwinden. Wow. Oh Gott, Matador-Musik. Spanische Musik. Ah. Oh. Also diesen Stier mag ich nicht. Geh bloß weg von mir. Ich mag dich nicht, blöder Stier. Und das reimt sich. Yay. Auf diesen Reim ein Schleim. Hahaha. Haha. Na, die Musik ist epic, ey. Okay. Ich glaube, ich muss den Neneming auf das Ziel drücken. Komm, ja. Wow, wow. Aua. Oh, eine Kuh, wie sie los. Oh mein Gott. Äh, what's that? Naja, jetzt gehe ich erst mal Schoki aufladen. Denn ich glaube, das hier... Na, das ist... Ich glaube nicht, dass es ein Bosskampf ist. Oder doch? Muss ich noch gleich den Stier töten, oder was? Naja, die Matador-Musik ist immer noch da. Wow! Ah! Wow! Ich glaube, ich weiß, wie ich es machen muss. Oder? Nee. Komm her. Aua. Hat mich durch das Ding... Ah, ja, genau. Wow, wow, wow. Ah! Oh, super! Okay. Ich weiß schon, wie ich es machen muss. Aber ich kriege es irgendwie nicht hin. Komm her, du. Toro! Toro! Wuhu! Nein. So, jetzt steckst du da drin. Oh, der ist schwer zu legen. Oh, oh, nein! Oh, Mann! Ich hab doch B gedrückt. Gerade, wo ich vor der Kuh war. Ich muss die doch nämlich irgendwie dazu bringen... ...da zu trinken, oder? Muss ich? Wohl oder übel? Und ich glaube, das kriege ich nur hin, wenn ich den Stier irgendwie dazu bringe, in die Kuh reinzurammen. Das Spiel ist komisch. Stier, du bist blöd. Weißt du das? Jetzt halt. Nein! 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 Jetzt halt. Jetzt muss ich sie kriegen. Ja, ich hab sie getrunken. Oh! Stopp, du nonsensens, junger Mann! Goodness me! Ich habe ziemlich verloren, mein Appetit. Ich werde jetzt ein bisschen über hier gehen. Hm. Ich bin ein bisschen thirstier. Ich bin ein bisschen schmerz. Ich würde das Tastigrass-Darn-Lövel-Land-Land-Land-Land-Land-Land-Land-Land-Land-Land-Land-Land-Land-Land. Das sieht ziemlich schön. Es sieht so wie ein Kranberry-flasviert. Lively. Oh! 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 Hm接着 ist also Tastigrass. Oh! Heilige Samoa! Hm. ngne. Oh! 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 Mumbo! It's like the screaming shit uzze. Oh dude! I'm out of here! Hahaha! Ah! Ah多f! Oh! Oh, I see! This is a fire from dignified. Oh, I hope maybe some olive don't see this. I'll never hear any of it. Oh, oh! Oh, that's a bit of a... Oh, that's a bit of a... Oh, that's a bit of a... Oh, I'll just stay here for a while, just in case you'll never know. Looks like she's just about ready to go. Okay. Hör auf zu scheißen. Oh! Fuck! Ich hab die Kuh umgebracht! Muss ich das mit allen machen, oder? All solchen Teilen? Tatsächlich, da kommt noch eine Kuh raus. Oh, nein! Muss ich das so lang weitermachen, bis alle Tore offen sind und alle Kühe tot? Alter Schwede! Oh, Mann! Ich kriege mal dahinter. So, ich bin ein Matador und reiche den Stier. Und... Stirb, du Kuh! Geh endlich kacken! Hey! Muss ich das nochmal machen? Nein, 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 nein! Oh! Aua! Das tat weh! Kann ich da nicht rein? Nee, ich geh da lieber nicht rein. Halt! Ach so. Ja, ich krabbel wie ein kleines Baby. So, dann komm mal mit, du Bull! Oh, oh, der ist jetzt dahinter. Ah, ich drücke mal den falschen Knopf, ey, hier. Okay! Bull, wo bist du? Da bist du! Komm her, du! So! Oh! B! Das schaffen wir doch in diesem Video, diese Kuh zum Kacken zu bringen. Oh! 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 Jetzt geht sie kacken. Ja, sie kackt schon. So. Okay, komm, das ist gesichtlich. Das ist eh am besten. Aua! Boah, ey, diese Matador-Musik. Komm her. Ja. So, ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Conker's Bad Furry. Also bis dann. Tschüss.